So, hi! Okay. Was haben sie uns eigentlich gesehen? schön dass die armenis verlieren um die sparen um neben sehen nur noch gut aus es kommt zwischen klein wenig umgucken jetzt lang kommen und da geht es mal ach guck mal hier ist der weg für uns hier ist der weg für die faust und da ist der weg für das dritte ding gut gemacht gefällt mir scheiße bucherein zu gehen und auf Ausdruck genommen kommen der Regie hat die gestorbenen Daten in der Kommandozentrale sie müssen irgendwie da rein ja ich drücke ein Knopf joh joh jetzt haben wir die Karte gekriegt was er mir voll uhr uhr sektor ausgabe nur ein mitnehmen hat ein schön alles schon voll wenn wir mal gucken jetzt wenn es geht kein Alarm auslösen das war Pistole Moni sehr gut das war Pistole Moni sehr geil das war voll aber nicht vorisch das war Pistole Moni sehr geil aber das war Pistole Moni sehr geil ja ich wollte gerade fragen wo ist er denn so schön nächster war ein hunderter ok das Das ist das krasseste Ding. Man hat gar nicht gesehen, oder? War aber die die Goldkatze voll, die war echt krass gut versteckt, ey. Meine Güte. Bereit halten Sie Ihr Papier. Achtung halten Sie Papiere bereit. Was ist das hier unten? Was ist das? Was ist das? Jetzt geht es irgendwie mit der Hammerfaust durch. Noch einen kleinen Moment. Die brauchen wir eh schon. Achtung Ausgang. Noch keine Soldaten hier. Merkwürdig. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Wir wollen ein bisschen was mitnehmen. Einen neuen Kommandanten. Da hinten. Da hinten. Wir sind in der Hammerfunkboden. Da unten kommen wir lang. Dann kommen wir auf. Was ist das denn? Was ist das denn? Kampfpistole? So eine Art Revolve war okay. Ich würde gerne lieber wieder die Konvoi. Aber gut, dass wir eine neue Waffe gefunden haben. Alles voll hier. Wo ist denn der Scheißkommandant? So, jetzt können wir auch seine Schaden ausschalten hier. Rein von der Musiker wissen, dass wir da sind. Musik ist wieder vorbei. Wo ist denn das? Ah, wechsel mal deine Position. Und wenn du nur nicht viel nützen, dann dich mal kurz ich darauf keinen Fall vergessen. 20 von 20, yeah. Oh. Willkommen zu Providence, Home of the Ministry of Agriculture. Und die Akkultur. So. Und bei MediShops gibt es auch noch. Und Kuchen geil mit Sahne. So. Ja. Ja, den zweiten Hebel. Wo sind jetzt noch ein zweiter Hebel? Was? Ah. Hi. Ich will bloß spielen. So. Wo kommen wir denn mit dem Ding fahren? Schade. Sonst noch was? Nein. Guten Tag. Ist denn hier jemand? Oh. Wen haben wir hier? Wolf Monster. Aha. Ja. Oh. Was ist das Artwork? Von uns in dem, äh, ja, in dem, äh, wuhh. Allzu, okay. Allzu, okay, den wir waren. Okay. Ist denn hier nicht jemand? Hier gibt es einen leeren Atombunker, wo keiner zu nötig ist. Wie alle Urlauber oder Ferienzeit? Wie soll ich das verstehen? Ah. Fick dich doch. Also lasst. Ich bin auf jeden Fall. Es geht so. Wimagine? Um, äh. Das ist hier nicht nur. Wir haben ihn zu tiefen Seite. Oh. Oh, oh. 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 Was ist das? 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 Das kann man dem vielleicht sogar umgehen? Oder uns besser ausrüsten? Brunnen guten Tag Kärzen und Köln die Kräuter wieder auf dem Jahr Oh, wo ist denn die Blöde Vieh? Da kann er hier rein. wieso kann er hier rein und ein der hat steckt richtig fett was weg meine Güte Willst du mich verarschen? Lauf, Blazkowitsch, lauf! Okay, zum Glück ist er sehr langsam. Komm schon. Jetzt ist ein Aufladegerät. Okay, aber das war's. Wie damals. Mit meiner Luftpistole auf Dosen schießen. Jetzt sind wir das Möse und die Waffen. Ähm. Ja. Ja, das kommt hin. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, von wo wir gekommen sind. Ein Stück auf Weglägen hier. Und gib mir mal bitte Dungle. Der Aufzugsschacht scheint der einzige Weg zu sein. Hm, ja. Eieieieieieiei. Guten Tag. So. Oh, die Pistole wieder. ein rollerknopf und ab geht's m das hinterliegt durch zwei Kommandanten ok ein bisschen konzentrieren das wird in die bäder aufscheuchen in die kommandozentrale ja ich gebe mir Mühe wir wollen so gelangen nur wenn man nicht an der selben Stelle die Kommandanten die Frage ist nur wo sind die einer ist da drin wenn ich das richtig gesehen habe da manche kommen manchmal so eine kleine Sumo und gibt es zu essen lecker Herr Plaskowitsch ist es ja gewöhnt mit dem Hundevorder aus seiner Vergangenheit in dem Fall nicht das erste Mal das Hundevorder ist auf und wird uns verhalten und das vielleicht oben irgendwo Okay. und er hat jetzt schon die neue Pistole dabei so was gibt denn hier Maschinenkommandant Klingers Notiz Sitzungsbote Konoperation New York Neu-Orton York ist es ja und es ist aber im Spiel so Kommandant Achterbergs E-Post Kommandant Achterbergs E-Post Kommandant Achterbergs E-Post Have you taken your German lessons? There you come, lad. Oh, vielen Dank. Los, 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 los!